Beim Schülerrat tue man meistens Probleme besprechen, die was in der Schule so vorkommen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Zettel für diesen Zero Waste Day ausgeteilt und da probieren wir in der Schule einen Tag in jeder Mülltonne aus der Praxis Volksschule, dass dort nirgendwo Müll dabei ist. Wir haben ihnen gesagt, dass man vielleicht, wenn dann, keinen Müll erzeugen sollte oder zur Jause annimmt, sowas in Plastikverpackungen mitnehmen soll, vielleicht auch schon zuhause auspacken. Ja, es ist sehr spannend auch als Schulsprecher, weil man muss öfters mit den Zetteln herumgehen und sie in den Klassen verteilen. Ich habe auch, seitdem ich als Schulsprecher geworden bin, kann ich jetzt viel besser vor Leuten sprechen und ich würde es empfehlen, Schulsprecher werden zu wollen, weil es macht sehr viel Spaß, auch die Zettel zu verteilen und so eine große Rolle zu haben. Weil, also ich finde, wenn man so durch die ganze Klasse, ich muss fast jede Woche ungefähr so ein-, zweimal mit den Zetteln durch die Klasse gehen und da kriegt man zum Glück auch manchmal ziemlich viel Aufmerksamkeit. Für mich ist das ein angenehmes Gefühl, also für die Schule. Es macht sehr viel Spaß, auch in der Schule zu sein und die Aktionen, weil wir haben jetzt schon zwei oder drei Aktionen gemacht, dass wir am Ende so ein Pausenbad die Hüttel haben, wo wir dann die ganzen Spielsachen reintun können. Das ist so eine, das ist so wie ein ganz kleines Haus und da macht man halt auch immer die ganzen Spielsachen rein. Wir haben es noch nicht gebaut, weil wir probieren gerade mit so ganz vielen Aktionen das Geld zusammenzukriegen. Wir haben zu Weihnachten einmal so eine Aktion gemacht und das war, wo die, wo ein paar Erwachsene und so Kekse gebacken haben und dann haben sie für ein Sack in der Schule für zwei Euro verkauft. Ja, die zwei A, die Klasse da drüben, hat einen Flohmarkt gemacht und da haben sie so Sachen verkauft und das ganze Geld wurde dann für arme Kinder in die Bauuhe, dass sie so welche Ziegen haben können. Meine Stärken sind, glaube ich, zuhören kann ich gut. Mit Erwachsenen reden, vor vielen Leuten sprechen.